Die Filmzitat-Challenge. The Rules. Auf dem Zettel haben wir 20 Filmzitate, die ihr erraten müsst, aus welchem Film die sind. Wenn ihr glaubt, ihr wisst das, haut ihr auf den Knopf und sagt die richtige Antwort. Ist diese Antwort falsch, gibt's einen Stromschlag. Schatz. Sagt zehn Sekunden lang niemand eine Antwort, müsst ihr antworten. Ist die Antwort falsch, gibt's einen Stromschlag. Was? Das Spiel geht eigentlich nur darauf hinaus, verletzt zu werden. Es geht ja auch ein bisschen darum, euch leidend zu sehen. In der ARD am Samstagabend wärst du mit den Regeln aber nicht durchgefunden. Round One. Ich bin der König der Welt. Titanic. Ich muss dir tatsächlich überlegen. Was krieg ich jetzt? Einen Punkt. Keinen Stromschlag. Achso, einen Punkt. Cool. Round Two. Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine... Mann! Fuck! Das ist falsch. Nein! Scheiße! Darf ich drücken? Back to the Future 2. Genau. Mann! Scheiße, stimmt. Was? Straßen. Back to the Future 1. Fuck! Aber im zweiten Teil sagt er das auch noch mal. Boah, ich war voll auf dem Kledermausland-Trip. Wir kriegen jetzt die beiden Stromschlag. Wir kriegen beide einen. Nein, ich will nicht. Das tut weh. Ah! Alles wirklich! Ah! Mann! Mach! Aber... Mach! Round Three. Du himmst mir schon alles, indem du atmest. Vom Winde verweht. Falsch. Ha! Boah! Muss ich drauf halten? Toastet denn hier? Ja! Was ist denn das? Von wo ist denn das Zitat? Das Zitat ist von... Nein! Nicht jetzt. Twilight New Moon. Hab ich nie gesehen. Oh! Okay. Bin ich froh, dass ich das nicht wusste. Gleich! Round Four. Ich kann tote Menschen. Oh, fuck! Fick Sense! Round Five. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Du bist cool! Fick dich! Ich verschwinde! Ich weiß es! Ich weiß es! Ich weiß es! Oh! 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 Mann! Von welchem Film war das nochmal? Wie heißt der Film? Oh! Mann! Ohne Scheiß! Ich weiß genau, wer es sagt. Nee, mir liegt es auf... Weißt es? Nee. Du denkst du doch. Mir liegt es auf der Zucke. Es sagt... Mark Wahlberg. Fittig. What? Was macht mein Gehirn los? Fangen wir das nochmal? Es war ein Kiffer-Film. Und es kommt in der Kiffer-Top 10 vor. Ah! How high! Nein. Hä? Wie denn? How high? Aber du kriegst es raus. Achso! Ah! Ah! Round Six. Führ mich zum Schotter. Jago McQuire. Danke. Round Seven. Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit einem Faf-Tach-Ambarbon und einem ausgezeichneten Chianti. Schweigende Leber. Zu blöd, war es nicht an die Ball. Round Eight. Die Arroganz der Menschen ist zu glauben, wir hätten die Natur unter Kontrolle und nicht andersherum. Lasst sie kämpfen. Wow. Oh Mann ey. Habe ich nicht gesehen leider. Ne, leider kann man da nicht sagen. Round Nine. Solange mein Geld an deinen Tippen klebt, arbeitest du für mich. Richtig. Mann ey. Ich bin echt echt schlecht da drin. Round Ten. Ein großer Mann in einer Rüstung. Nimm sie weg. Was bist du da? Ein Genie. Milliardär. Avengers. Ich gebe euch einen Zwischenstand. Ne, brauche ich nicht. Maike vier. Nils vier. Trashy. Nils eins. Dafür hast du die meisten Stromschläge bekommen. Die selbst auch was wert. Round Eleven. Ich habe eine Wassermelone getragen. Betty Dancing. Oh, das ist traurig. Das will ich gar nicht wissen. Fünf Zitaten. Ich kann mir halt Zitaten nicht merken. Throne Twelve. Entspannen Sie sich und denken Sie an gar nichts. Sollte Ihnen nicht sonderlich schwer fallen. Da gibt es jetzt keine Tipps oder? Ähm. Nein. Der Film ist so erfolgreich. Neuer Film? Nein. Zehn Sekunden rum. Ach so. Ach so. Ähm. Scheiße. Avatar? Richtig. Oh. Geil. Round Thirteen. Du ja, die Pfotze. Ich will ficken. Zack, zack, zack. Fuck you, Goethe. Ja, das war sehr lustig. Round Fourteen. Tiger lieben Pfeffer, aber sie hassen Zimt. Ah, fuck. Ich, ich, nimm es einfach mal auf mich. Das hängt auch mal? Ja. Ah, geil. Buh. Buh. Jetzt kannst du scheiße. Buh. Round Fifteen. Das sind keine Nazis, Donnie. Das sind Nihilisten. Ah. Wie Klebowski. Richtig. Nils und Maike beide fünf. Trashy drei. Äh, immerhin, ne? Besser als gar nichts. Round Sixteen. Meine Mama konnte mir immer alles so erklären, dass ich mich verstanden habe. Forrest Gump. Awww. Anschlüsstreffer. Das steht Maike fünf, Nils fünf, Trashy vier. Ja, dass jetzt ein Punkt dazugekommen ist, war uns auch klar. Round Seventeen. Amerikanische Bauteile, russische Bauteile, die kommen doch alle auf. Apocalypse Now. Falsch. Nein. Ja. Scheiße. Ah. Oh, fuck. Das ist schnell halt die Hand. Round Eighteen. Wenn du versuchen solltest, zu fliehen, habe ich sechs kleine Freunde, die können alle schnellere Hand suchen. Oh, das war das nochmal. Oh, was ist das denn nochmal? Oh, fuck. Jetzt bin ich unsicher, ob es das ist. Nein, komm, ich riskier's. Ah. Last Action Hero. Falsch. Ah, fuck. Was war's denn nochmal? Es war From Last to Dawn. Ah, From Last to Dawn. Ich fang zuerst sagen, verdammt. Round Nineteen. Ich werde dich vor eine Wahl stellen, die ich selbst nie hatte. Kann alles sein, ne? Stimmt. Scheiße. Okay, ich sage... Ich sage die Farbe des Geldes. Okay, ich sage Mission Impossible 3. Mission Impossible 1, Caro. Es war Interview mit einem Papier. What? Ach so, na klar. Wegen Umwandeln und so. Ah, das wird so weh. Ah. 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 Ist das eklig. Ich merke das immer noch hier alle. Ah. Final Round. Es gibt immer ein außerirdisches Schlachtschiff, einen kosmischen Todeswäser oder eine intergalaktische Pest, die das Leben ausdeutschen wollen auf diesem elenden Planeten. Ich rat jetzt mal. Man in Black. Richtig. Scheiße. Herr Nils hat sich gewonnen mit 6 Punkten, Maike 5 Punkte, Trashy 4 Punkte. So, was kriegt denn jetzt der Verlierer? Der Gewinner bekommt noch einen Strumpmschlag, weil es so schön war. Winner! Ah. 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 So, zur Feier des Tages darf ich mir ein Video aussuchen, auf das wir jetzt verlinken, weil ich ja gewonnen habe. Ich darf mir als erstes ein Video aussuchen. Und deswegen empfehle ich hier meine selbstgeschnittene Comic-Kritik, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Die solltet ihr euch unbedingt angucken. Und du als Zweite, Vegas, darfst du ja auch was aussuchen. Ich wünsche mir mich selber das letzte Film-Alferbild mit dem Buchstaben K wie Kameramann, weil ich so egomanisch bin. Und der Trashy darf sich nichts aussuchen, du darfst aber den Abonnier-Riegel ansagen. Wo ist das Stromschlag-Ding? Denk mal. Nein! Das klingt ja nicht mehr, oder? Geht das noch? Ja doch, leuchten noch. Lass mal gucken.